Oh, Bullen, komm, halt mal an. Ah, fuck. Egal, halt doch an. Ich dachte, das ist ein Fazit, wo man... Achso, nee, nee, nee. Ich wusste, dass da welche drin sitzen. Halten uns eher. Das sind Bullen, wieso sind das Bullen? Waren es keine Bullen? Nee. Nee, das sind keine Bullen. Stimmt. Oder? Was ist denn mit ihm los, Alter? Was war noch denn der? Der rammt uns. Warum? Weiß ich auch nicht. Halt mal an. Nee, das sind keine Bullen. Da auch hier drin. Die wollen Stress oder was? Okay. Stehen bleiben, aussteigen, ohne Waffen. Sonst knall ich euch ab. Fuck. Ich hab mir nicht mal die Waffe ausgepackt, Alter. Ja, was soll ich machen? Das ist scheinbar, das ist doch hier. Nee, wir haben es alle gekillt. Die Spasten, Alter. Alter, du hast Kops über den Haufen geschossen. Das waren Kops, oder wie? Ja, guck mal, Kops mit Jordan und nackt Jockey-Kops. Du hast voll die Kops über den Haufen geschossen, Mann. Was? Das war ein Kops? Ja, aber du bist wieder in Zeiten. Ja, da. Echt? Wieder da. Wieder da. Warte mal, wir haben die Loot dabei. Ja, guck mal, Barriere haben die bei Dietrich Frühstückscafe Nagelband. Korrekt, Alter. Boah, Nagelband kann ich nicht nennen. Wie finde ich denn? Wie mache ich das auf? Tee, Tee, Tee. Und einfach schnell weg hier, Alter. Ich finde es. Ich komme da nicht rein. Tee. Ja, mach du das mal. Ich habe Nagelband. Mach das ihr mal. Ich muss das Auto reparieren. Ich komme ja auch nicht dran. Ich bin dran, ich bin dran. Ich habe alles dabei. Okay, also, komm. Schnell, Auto reparieren. Weg hier. Nee, wir müssen ein anderes Auto. Wir müssen auf ein anderes Auto umsatteln. Wir können nicht mehr mit dem Auto fahren. Wir müssen... Wir fahren nach Atira. Äh, nach Neo-Tschuri. Nein, das ist kaputt. Nein, das ist kaputt. Hör auf. Nein, 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 nein. Die haben eine Wand. Das ist... Achso. Schnell, schnell. Das ist schnell weg hier, Mann. Und ich stehe hinter dem Auto. Steig ein. Steig ein. Du musst... Das muss jetzt alles... Das muss alles schnell gehen. Guck mal. Alter, die haben... Die haben schon wieder Spawn gedrückt. Pass auf. Gleich geht's. Sascha, TS, komm. Aber warte mal. Ich speichere das mal schnell ein. Warte mal. Oh, oh. Alteff.